Hallo zusammen, ich bin Milena. Ich mache die Lehre zur Begleitungsgestalterin und bin im ersten Lehrjahr. Hallo zusammen, ich bin der Lukas. Ich lerne Begleitungsgestalter und bin im dritten Lehrjahr. Aber wisst ihr was? Ich zeige euch gerade alles. Für jedes erarbeitete Modell wird das individuelles Schnittmuster manuell oder digital erstellt. Ich zeichne euch gerade Modellvorschläge für die Kundin. So kommt man von der Idee über den Entwurf zum Kleidungsstück. Am Anfang legen wir den Schnitt auf den Stoff und schneiden die Teile zu. Die Neimaschine ist unser täglicher Begleiter. Mit dieser Maschine nähen wir das Kleidungsstück zusammen. Auch Begleit ist ein wichtiger Teil des Berufs, damit das Stück auch immer gut aussieht. Auch Kundenberatungsgespräche sind ein sehr wichtiger Teil des Berufs. Da kann man seine Ideen freien Lauf lassen und die Kundin modisch beraten. Der Abschluss nach der Ausbildung ermöglicht nach dem direkten Eintritt in den Beruf auch die Nistung in der Weiterbildung. Zum Beispiel eine Berufsbegründung, eine höhere Fachbegründung für die Kleidungsgestalterin, die Adelschneiderin, Wandmeisterin, Bestendesignerin oder auch als Sextildesignerin. Und wenn dir dieser Einblick gefallen hat, dann beübe dich jetzt bei den GUTUR Atelier. Und wenn dir dieser Einblick gefallen hat, dann beübe dich jetzt bei den GUTUR Atelier.